Moin Leute, die Lootjazz ist wieder da und wir packen sie zusammen aus. So, mal wieder obligatorisch das T-Shirt. Ich erkenne rot, ein Glurak, ein Gameboy. Sehr interessant, wer kennt das nicht, damals Pokémon Rot auf dem Gameboy. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und zwar ein Pilz von Mario. Das ist ja schön, damit werde ich dann wohl ein extra Leben haben, wenn ich träume. Dann von Batman. Einer von diesem Pullback Auto, dieses Aufziehauto ist da drin. Mal gucken welches ich da habe. Oh, wie geht das so schwer? Oh. Ich habe Harley Quinn. Süß. Dann haben wir hier, cool, von Pac-Man einen Schlüsselanhänger. Ja, nicht schlecht. Wusstet ihr eigentlich, dass die Hauptscore bei Pac-Man 3.333.060 maximal erreicht werden kann? Das ist die höchste Score da. Habe ich mal so aufgeschnappt. Von Just Legends ein Eiscafé Milchshake mit Koffein und Guarana, aber kaum Zucker, soweit ich weiß. Ja. Werde ich mir schmecken lassen. Dann haben wir, oh nee, wie süß. Alle kennen sie Call of Duty, aber kennt ihr auch schon Call of Grootie. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch von J.K. Rowlands magische Weltfilmzauberei. Alles um Harry Potter. Und, was hatte ich gelesen? Hier, magische Tierwesen. Band 1. Hintergrundfakten. Ja, fantastische Tierwesen. Backgroundwissen. Ja, das war es leider schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Verteilt das Video, wo immer auch ihr wollt. Zeigt es euren Freunden, Verwandten, Mutter, Vater, wer auch gerne sich das mal angucken sollte. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.